... Ja, damit... Genau, damit herzlich willkommen bei... Wow, wir sind im SWAT-Wagen. Geil! Ich habe es dieses Mal auch aufgenommen. Halbwegs, glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass ich alles drauf habe. Ja, ja, du kannst gerne aussteigen. Ich möchte aber weiterfahren, eigentlich. Ich möchte zur nächsten. Okay, dann lass mich nur kurz raus. Hat sich irgendjemand die Karte angeguckt? Nein. Aber ich... Ich schon. Ich kenne die Map noch auswendig. Also hier... Hier hinter steht's Niner. Was? 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 Okay, da gehen wir hinten rein. Das ist eine Pflanze, glaube ich. Habe ich doch nichts dagegen. Ah, das ist voll einmal! Mein Zuhause! Mensch, Kirchi! Okay. Da sind Tür offen. Tür ist offen. Wie komme ich auf den Flashbang? Der hat drei, glaube ich. Drei? Ich glaube fünf. Ne, fünf war glaube ich Singer. Drei ist irgendeine Granate zumindest. Drei ist Flashbang, fünf ist Singer, vier ist CS-Gas. Wieso weiß ich das noch? Habe du Gott meine Tasten durchgedrückt hast? Nein, habe ich nicht. Ich habe fünf einmal gedrückt. Um festzustellen, was fünf ist. Ja, das sieht alles gleich für mich aus. Pass auf. Ja, glaube ich ja. Links ist einer, pass auf. Okay. Und rechts... Weiß ich nicht. Äh, okay. Rechts ist ein Links. Moment, ich werfe links eine Flashbang rein. Okay. Drei, zwei, eins. Okay, ich guck weg, ich guck hin. Ja. Ich geh links. Okay, hier ist noch ein Raum, scheiße. Ähm, ich bin wahrscheinlich gleich tot. Nicht sterben, das ist keine gute Idee. Ich nehme mal kurz den Typ da fest. Ich habe einen Zivil festgenommen. Ich habe auch einen Zivilist festgenommen. Ah nein, ich habe eine verdächtige Person festgenommen. Lol. Wo ist seine Waffe? Äh, sieht hier jemand eine Waffe von euch vielleicht? Eventuell? Ich bin in einem komplett anderen Raum. Okay. Okay, dieser Raum ist clear. Keiner meldet die Geisel. Ich habe die gemeldet. Meine. Bei mir nicht. Ich habe die Geisel, die habe ich gemeldet. Ja, ich habe sie jetzt gerade noch mal gemeldet. Ja, Moment. Schlüppchen. Hier muss doch irgendwo eine Waffe liegen. Freddy, ich sehe hier keine. Nein, hier hat keiner gehabt wahrscheinlich. Pass auf, hier geht es eine verdächtige Person. Das ist eine verdächtige Person, der muss eine gehabt haben. Ich schieße ihn gleich in den Kopf. Das ist lecker. Hier geht es eine Treppe hoch und ich glaube da steht einer. Na Kishi, hier ist übrigens der Raum frei. Wo geht der schon wieder hin? Hallo, hier ist Ende. Hier ist Ende. Man geht nicht direkt erst mal unten lang, sondern erst mal hoch. Das ist taktisches Vorgehen. Pass auf, hier geht es hoch. Nicht, kein Stück. Nicht im Ansatz. Einfach scheiß drauf, wir machen das so. Komm schon. Wir sind eine Gruppe. Wir können das. Ich kriege die Tür übrigens nicht auf. Die ist auch verschlossen. Ach, jetzt wird es mir gerade erst angezeigt. Ich gehe von der anderen Seite rein. Freddy, du stirbst sowieso wieder. Ich mache sie auf. Gehst du die bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, ich habe meine Waffe gezogen. Ziehe ich zumindest gerade. Moment. Drei, zwei, eins. Oder auch nicht. Ich muss die Türen für dich öffnen, weil dein Internet einfach zu scheiße ist oder so. Der hat eine Waffe. Hat seine Waffe. Ach, die Tür war bei mir noch nicht auf. Er lebt noch. Soll ich ihn erschießen? Nein, ich lasse es. Es kostet Punkte. Ist da noch jemand drin? Ich sehe jetzt gerade keinen. Aber du kommst nur auf den anderen. Ja, da vorne ist einer. Da hat einer aufgegeben. Eine Verdächtige. Alter, den habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe ihn zum Glück durch mein Schreien irgendwie anscheinend. Ich habe auch geschrien. Ich nehme ihn gerade fest. Ich nehme seine Waffe auf. Achso, du hast ihn gerade. Okay. Ich habe die auch eingesammelt. Hast du die Waffe? Ich melde ihn noch. Gehen wir auf die Kirche. Ich kann diese melden. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht melden. Ich kann keine Türen machen. Du musst mit mittlerer Maustaus. Man ist bewusst, ne? Ja, funktioniert nicht. Ich kann auch keine Türen öffnen. Oh, ich kann doch Türen öffnen. Ah! Scheiße! Vorsicht! Okay, er hat die Waffe gefallen gelassen. Also ihr seid jetzt oben. Ja, wir haben den kompletten oberen Bereich gleich gesichert. Ja. Wir knallen hier durch. Was machen wir? Ich nehme ihn fest. Ich nehme die Waffe. Gut. Ich melde ihn dann auf. Warte, ich versuche jetzt mal zu melden. Okay. Geht doch. Jetzt hat's geklappt. Gut. Warte, Kirche, bevor wir da reingehen. Ich gucke eh kurz, ob die Schrauben durch. Bisschen was für die Zuschauer tun. Da ist keiner. Oh, geil. Nein, das ist nicht geil. Äh. Äh. Schiebt sie sich da... Nein! Was? Nein, 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 nein. Guck dir den Kalender da einfach an. Mit der Waffe. Mit der Frau. Die sich die Waffe in die... Nein, das ist... Ja. Das ist nur in der Hose. Ja, in der Hose. In der Hose. Kurzen Schluck nehmen. Was zum... Ich dachte erst... Was zum... Ich hab euch gerade verwechselt. Ich mich nicht. Ich wusste, dass... Ich dachte, du stehst da hinten und dann stehst du plötzlich neben mir. Kishi? Du sagst da drin ist keiner? Da war keiner drin. Kein sichtbarer. Ahoi. Ahoi. Okay. Das hat mir gerade... Der Spiegel hat mir gerade richtig Angst gemacht. Pumple. Kishi. Pumple. Im Klo. Sodass man sich draufsetzen muss. Was werden hier für Paraiserspieler getrieben? Wir wissen es nicht. Wir erfahren es in der nächsten Folge. Auswege... Ihr habt ja so rote Lampen auf dem Rücken, ne? Kishi, du Wichser! Das ist doch beleidig. Geh schon weg. Kishi, hast du immer wusste, dass ihr rote Lampen auf dem Rücken habt, ne? Ja. Und im Spiegel sahst du, als wären irgendwie so rote Augen von irgendeinem Monster oder so. Und der Rand sah dann so, als wären das irgendwie so lange Haare. Und das war richtig gruselig. Wer schießt? Glaube ich dir. Ich... 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 Verprügel ich mich tot. Nicht so schnell vorgehen. Ich bin nicht so... Da ist nichts. Da ist nichts hinter. Da ist ein Raum hinter. Der ist leer. Geh ruhig rein. Da war ich schon drin. Sicher, sicher. Geh ruhig rein. Hier ist nichts. Leuchtstab. Nichts. Ah, ich kann keine Leuchtstabe drücken. Ich kann keine Leuchtstabe droppen. Droppen. Alter, wo ist mein Deutsch hin? Das... Ich häng fest. Kishi. Danke. Okay, Freddy, wo geht's hier weiter? Da vorne. Okay. Da war ich schon. Hier in dem Raum waren wir schon drin. Nee, ich nicht. Sind da doch irgendwo Leute. Hier waren wir auch schon drin. Bis hier bin ich dann gekommen. Und da vorne... Links sahst du aus, dass wäre da einer gewesen in dem Raum drin, aber... Ist gut möglich. Im Flur steht keiner. Bisher, also... Ich höre ne Shotgun. Also bis hier bin ich gekommen. Jetzt ist auch niemand drin. Pass auf, ich werfe ne Granate da drüben rein. Ja genau, du weißt immer was da ist? Sicher, sicher. Drei. Zwei. Eins. Okay. B. 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 Okay. Jo, äh, hi. Da oben ist die Backdoor. Das hier ist die Backdoor. Nein, das ist gar nichts. Das hier ist Backdoor. Nein, das hier ist Backdoor, okay. Da ist aber nichts mit Living Room. Da ist die Garage. Hier oben ist Kitchen und Living Room. Hier ist wirklich die Backdoor. Hier ist wirklich die Backdoor. Ja, das ist für mich die Backdoor. Das war unbewusst. Was zum... Okay, okay. Sorry. Erstmal die Fischicam anmachen. Moment. Ich mach keine Kämmern. Ahoi, hoi. Ich guck mal hier durch die Tür. Niemand drin. Okay. Okay. Äh, links ist ja der Living Room. Kishi, gleich drauf. Was ist zum... Was? Ihr habt beide so einen komischen roten Drehkranz über dem Kopf. Jetzt nicht mehr. Ach ja, weil wir geredet haben. Okay. Automatisch ausgewählt. Drei, zwei, eins. Go, 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 go. Ah, die Tür ist versperrt. Schön. Okay, Moment. Cool. Äh, brechen wir sie auf oder... Mach ich schon. Also, leise machst du. Ja, klar, leise. Ja, hier übrigens die Pepper Bull Gun, weil nicht tödlich Waffen sind besser für den allgemeinen Verzehr. Ja, mit der Pepper Bull Gun kannst du irgendwas, wenn nicht genug Gewürzt ist, nachwürzen, ne? Drei, zwei, eins. Jo. Talk handle. Ah, hier ist direkt mal niemand. Das ist cool. Freddy Cam. Freddy, bist du im Flur? Nein, ich guck gerade durch die Tür. Nein, ich guck gerade durch die Tür, mit dem Opti. Wenn er sich nur... Weißt du, das ist fuck einfach. Ist niemand, ist niemand. Ja, ist niemand. Kannst einfach durchgehen. Ich bin da. Ja, ich guck aber... Was ist das? Moment, ich höre da jemanden. Ich auch, unten. Da hinten ist jemand. Letztes Zimmer. Alter, das war gerade wie so eine Geist-Appearance. Was zur... Was, was ist los? Sorry, ich muss das Radio töten. Kishi! Das hat mir Angst gemacht. Ernst, wenn du es doch einmal machst, du bist raus! Freddy, Freddy. Kishi, bewacht dich kurz. Ja. Hier ist niemand. Ich schlag ihr in die Fresse. Töte sie! Nein, nimm sie fest. Nimm sie fest, los. Freddy, geh mal bitte weg, ich will in das andere Zimmer rein. Hatte ein Maulfotze. Gebet da, Mädchen. Das scheint ein bisschen gruselig hier zu sein. Ein bisschen? Alter, als sie einfach so über den Flur gegangen ist, habe ich mir fast in die Hose geschissen. Ich mir auch. Wo seid ihr? Ach da. Ich bin jetzt bei der Front door gerade. Ja, also ich habe die Freddy-Camp aktiviert. Hier ist niemand? Hust um die Ecke. Okay. Okay, wir müssen jetzt unten lang. Ja, der Freddy ist schon vorgegangen. Zur Garage hin, sozusagen. Ja. Willst du den Fernseher dann mal schließen? Ich darf ja nicht mehr. Nein. Freddy, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Äh, links ist... Also, links sieht aus, als wird da jemand... Links ist jemand. Freddy, du machst die Tür auf, ich werfe einen Flashbang rein. Ich habe auch einen Flashbang gerade ausgewählt. Und rechts ist frei. Okay, dann nehme ich wieder meine Hauptwaffe. Drei. Okay, äh... Moment mal, ich muss jetzt noch aufziehen. Ja, mach mal. Äh... Drei. Drei. Zwei. Eins. Und weg. Machst du ihn? Kirschi, Tür links, da. Erstmal hier sichern. Okay, ich habe die beiden Türen im Lekt. Eins, zwei... Warte, ich warte, warte, ich gucke hier unten durch. Ja, ich auch. Weil das hier ist der scheiß Heizungsraum. Da sind öfter mal Wichser. Da ist keiner zu sehen, aber es kann gut sein, dass... Ich sehe hier auch niemanden. Okay, der Rei. Haben wir die Geisel eben oben gemeldet? Äh, ich glaube, ja. Also, hier ist niemand. Hi. Okay. Wo seid ihr? Hier sieht's auch nicht aus, als ob hier jemand... Oh, Kameras. Kirschi? Aber wir müssen erstmal durch die Garage, da geht's nämlich noch weiter. Okay. Alter, was denn los mit diesem Opti-Staub? Der backt richtig... Ja, ich weiß, der backt richtig. Hier sieht's frei aus. Also, ich sehe niemanden. Hinter dem Auto können jemanden sein, aber sonst ist es frei. Okay, mach auf. Es läuft. Ah, abgeschlossen. Ich mach auf. Schönes Ding. Ich passe hinter euch beiden auf. Ich trinke... Ich trinke einen Schluck Apfelsaft. Ja, Moment, ich trinke auch schnell einen Schluck Apfelsaft. Ich trinke dabei gar keinen Apfelsaft. Ich trinke was komplett anderes. Ja, aber das spielt nichts zur Rolle. Hast du? Kann jemand bitte das Radio erschießen? Wo ist denn das? Da oben. Hier oben. Danke. Ich kann's nicht mal kaputt machen mit meinen Pepperwals. Ja. Na, nach draußen war ja nichts. Da waren wir schon vorn, ne? Nein, gut, Sturm hier gegen... Eine Tür fährt uns jetzt noch. Ja, diese eine Tür. Und da geht's dann noch weiter. Das weiß ich. Ich kenn die Map schon innen auswendig. Ich mach auf. Okay. Aha, verschlossen. Mensch, ich bin auf dem Messer. Ich hab kurz überlegt, sie mit dem Shotgun aufzuschießen. Kurz wieder auf Waffe. Wer geht zuerst ran? Äh, sorry. Äh, was? Gehst du zuerst ran oder soll ich? Mir ist das egal. Von mir aus gehe ich zuerst rein. Okay, dann geht 3, 2, 1. Alter, das ist ja schon mal überhaupt nicht gruselig hier. Was läuft da auf dem Fernseher, Alter? Ja, guckt euch doch mal... Was läuft? Auf dem Fernseher? Das ist cool, hier. Da. Okay. Ja, das ist ganz normal. Das muss so. Killer in Firewheel... If Firewheel wanted. So, gucken wir mal unten durch. Alter, auch hier ist nicht. Ist zu sehen. Ja, hier ist ein Handabdruck an der Hand. Gute Idee, auf jeden Fall. Ja. Wo? Ach da. Da ist er! Scheiße! Ich hab ihn angeschossen. Alter. Alter, hier liegt ein Leiche! Wo ist denn Leiche? Guckt euch doch... Guckt euch bitte mal die Masken an. Die sind alle von Menschen. Das ist hier... Da ist einer runtergefallen. Das hier ist wie Waxhaus. Kennt jemand den Film? Nein. Das ist kein bisschen wie Waxhaus. Na ja, aber das mit... Ach so, doch, Waxhaus kenne ich. Dieser Masken... Dieser Maskenraum. Haus of Wax kenne ich. Ja, das meinten. Das kenne ich auch. Okay. Ähm... Ich will gar nicht durch die Tür hier hinten. Absolut nicht gruselig hier. Ich will gar nicht durch die Tür hier hinten, ne? Ja, wir müssen aber... Diese Missgubbran, können wir ihn bitte töten? Nein. Ich würde nicht zu leben. Ich würde aber nein. Was zum... Ja, magst du vorgehen, bitte? Danke. Wie geht es um... Nein? So viel Nein in dieser Map. Ich nehme jetzt eine andere Waffe, ne? Warte, kurz auf... Äh... Knarre changen. Was? Doch, das erinnert mich total am Waxhaus. Doch, dieser Gang hier. Nee. Doch mal ein Stück. Nicht, nicht. Mich nicht. Kein Stück. Nicht im Ansatz. Drei. Zwei. Nein, halt. Flashbang, Flashbang. Ich nehme... Ja, nimm mal eine. Ich habe eine. Drei, zwei, eins. Ach, du Scheiße. Was ist das? Ach, das... Oh, das ist nur... Ich habe sie. Alter. Guckt euch doch einfach mal das hier an. Ich habe es gesehen. Ich muss sie kurz vorher... Wir haben gewonnen. Hey, Alter. Was ist denn los mit denen? Oh, ein Ge... Kein Geisel, der war? Ja, nee, einer doch. Einer. Nee, wo denn? Ja, der eine. Äh, den ich mit der Pepperwolke an einem Keller angeschossen habe. Das war kein Geisel. Den habe ich auch angeschossen. Der hatte eine Waffe. Der hatte eine Waffe. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe einmal... Was hat uns denn gefehlt für die letzten fünf Prozent? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen angeschossen. Achso, ja. Ja, stimmt. Er war angeschossen. Ich habe ihn verletzt. Ich habe mich erschrocken und einfach auf ihn geschossen. Es bleibt euch also, Leute. Ich hoffe, die müssen euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.